so dann kommt das aus das können wir auch mit rausnehmen das nix die haben wir hier noch dann haben wir die noch drin mhm 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 so das kriegen wir lange in Ordnung rein in der V mhm also Teilwohnen hier Moment das 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 oi ups kleine Haushaltsbatterie okay ja genau dann haben wir hier noch ein paar alte Teile so Werkzeuge ist nix das auch nicht jo jo so so ein batterie station können wir schon voll bestücken da rein mhm Ich nehme hier noch die Werkzeuge rein. Die kommt noch da rein. Genau. Da mir fehlt so ein bisschen der Knopf, dass du da mit sortieren. So wird er eher was draus. Genau, das machen wir da. Die Kiste, wo das ganze Zeug drin ist. Die Zeitung kommt in eine andere Kiste. Die Baupläne auch. Oh, meiner. Hm, ja. Metallurgie Band 1. 2, 3, 4, 5. Den haben wir vollständig. Waffen Band 4, Waffen Band 2, Medizin Band 1, Schneiderei Band 4. Ingenieurwissenschaften Band 4, Kochen Band 1, Maschinenbau Band 2. Die können wir verkaufen. So, Anleitung. Soll ich auch mal gucken, dass wir die nicht alle doppelt und dreifacher haben? Hm, da sind noch welche. Hm. 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 Okay. 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 Okay, nochmal eins. So, was haben wir denn jetzt hier, Bogen haben wir? Chemie haben wir, Bearbeitungstisch, Gewächshaus, Stahlherstellung, elektrischer Schmelzofen, Pharmazeutische Instrumente, Gewächshaus, thermische Stromerzeugung. Hat man die nicht gerade? Nee. Kühlschrank, genau. Bearbeitungstisch haben wir hier. Ah, super. Nehmen wir den. Kühlschrank. Elektrischer Schmelzofen. Wasserspeicher, Bearbeitungstisch, Volar, Beschoss, Nähmaschine ist auch nicht, Wasserspeicher. Und zack, 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 und dann haben wir Wasserspeicher zweimal, sehr schön. Nehmen wir nix. Keine Zeitung, da ist noch ne Zeitung drinne. Auch noch eine drinne. Jep. Ich könnte mir eigentlich die Zigaretten und das Zeug mit reinschmeißen. Tag 12, naja, im Mond. So, äh, ja. Ausdruck. Ja, 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 falsche Richtung. Hä? Da haben wir noch welche. Da ist auch noch eine Zeitung. Hm. So. Dann machen wir die noch raus, da rein. Genau, und wenn wir die, da die Kiste machen, dann können wir das gleich. Wo habe ich denn eigentlich? Fehlt doch noch was. So wechselrichter, muss da auch irgendwo sein. Da nicht, da nicht, da nicht. Hier machen wir die Wasserkiste. Das bringt alles Motivation hier. Okay. Wird das noch? Hier rein. Okay. das brauchen wir ja dann um die bücher zu lernen ja passt da rein ja schon kann man anfangen zu lernen mit dem kommen ein stück weit glaube ich eine waffenkiste und eine elektroteile ist es aber für moment muss das reichen und das muss raus es kommt aber erst in die nächste reihe sehr schön sauberes wasser leer 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 ja dann macht man aber noch einmal eine medizin kiste jetzt holen wir uns aber erst einmal wasser so ja können wir mit dem können wir dann die kochskill bisschen hochtreiben wenn ich irgendwo kohle auch schon dabei die holzkohle eins zwei ja komm so die raus die raus dann haben wir sauberes wasser äh da liegen noch ein paar handschuhe im weg so leere flasche noch eine flasche okay gut dann können wir hier eine medizin kiste machen und dann noch eine andere kiste keine ahnung okay so okay so Vielen Dank.